Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin der Superfati und wir spielen zusammen Dead Island Riptide. Ja, wir müssen hier weiter. Nehmen wir mal an und gucken, was sie will. So, er kommt in ein Forschungslabor und suche Dr. Kessler. Ja, machen wir doch mal. Würde mich mal interessieren, wann wir nicht mal unsere erste Waffe kriegen. Pistole. Äh, Hakenmesser, Klauen, Willen, Klauen. 521, ich glaube, das wird noch nichts. 600, oh, der würde, glaube ich, passen. Aber wie viel Kohle haben wir? 26.000. Naja. So, was hat er noch? Dann gehen wir mal weiter. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen im Hals. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen halt da hinten hin. Wie kommen wir da am besten hin? Ah, da müssen wir am besten mit Auto, ne? Ein Auto steht dort. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal zu unserem Fahrzeug. Oh, die meisten Gegner, die lasse ich jetzt so stehen. Oh, ich kann immer noch was aufleveln. Die beiden nehme ich aber noch mit. Hier, komm, ja, ja. Oh, ich habe keine Energie mehr. So. Ey, du bist ja auch noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Okay, dann müssen wir hier rechts rum. Und dort vorne soll irgendwo ein Auto stehen. Der ist tot. Hier ist noch ein Rummel. Und hier habe ich beide umgekickt. Beide. So. Und du? Du bist tot. Boom. Kung Fu tritt hier. Okay. Und hier vorne soll ein Auto stehen. Hier snaggen sie sich. Da snaggen sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist, glaube ich, ein... Ne, ist er nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Hier müssen wir nämlich links... Hey, äh, 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 äh. Warum funktioniert hier nichts? Die Steuerung ist katastrophal. Vor nächsten Autos. In Dead Island auch schon. Gut. Dann haben wir unser Fahrzeug, die... Was tot kann, das kann tot. Bam. Da war noch einer. Der explodiert. Boom. Wo sind sie? Wo sind sie? Okay. Die snaggen sich weiter. Dann müssen wir hier rein. Ins Forschungslabor. Oder zum Forschungslabor, wo Dr. Kessler ist. Okay. Da müssen wir später noch hin. Das lasse ich jetzt mal außen vor. So, was haben wir hier denn? Hier müssen wir noch einmal gucken. Hier haben wir noch was zum einsammeln. Eine kleine Kiste. Energieriegel. Konnte man hier einen Kreis? Hm. Das kenne ich auch noch nicht. So, da muss ich hoch. Hm, Hammer. Hallo? Hallo? Komm in. Dann gucken wir mal, was er hat. So, das nehmen wir selbstverständlich noch mit. Ein bisschen gucken geht immer. Was haben wir hier denn? Eine Zeitung. Okay. Oh, scheiße. Was hat er denn? Oh, kacke, kacke. Der hat Probleme. Da ist er. Was haben wir hier? Ein Tagebuch. Tagebuch Nummer 5. Malby und Howard wurden in Kundera. Johnson wurde von dieser Abomination. Murphy hat einen Bühnen in ihn, als er die Kräste riefen die dead. At least sie sehen und rüben, Bloody Depp. Und wie kann das sein? All right, I'll let you in. Now tell me what you want. I came from the jungle, from everywhere, snarling like hungry animals. Miller panicked and ran into a whole mob of them. They fell on him like rabid dogs, tore him to pieces. And the rest of us barely made it out alive. I was bitten on the shoulder, and the others were sure the infection would take me as well. All right, I'll let you in. Now tell me what you want. And soon after we went to sleep, Jenkins tried to murder me. I had no choice but to shoot the bloody maniac. Everyone's scared to death. At this point, I think our only option is Henderson. All right, I'll let you in. Now tell me what you want. At least there's a military base there. Most of our families are there as well. I just hope the city is still safe. Still safe. So, then have we the audio detail also heard. Hey, not so frech, not so frech. One moment, I must first mal... So! Homie. 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 hilft Dr. Kessler bei seiner Forschung. So, ab da kriege ich eine Täubungspistole für. Ich will einen richtigen Knarre haben. Wovor eine Blei rauskommt, verflucht. So, jetzt muss ich dahin. Jetzt muss ich in die Höhle des Löwen. Da haben wir noch was mitgenommen. Geheimakte. Teil 4. So, was haben wir hier denn? Ich habe noch 14 Schuss. So, die sind tot. Oh, scheiße. Die schießen schon auf mich. Okay, aber die sind recht leicht zu töten. Boom. Wie die anderen halt. Das ist gar nicht so schlecht. Ist auch schon eine einige Zeit her, wo ich das gezockt habe. Und ich weiß nicht mehr. Hey, hier sind auch noch welche. Was haben wir hier denn noch? Oh, da haben wir noch eine Kiste. Mit einem Scheißhammer. Okay. Okay. Gehen wir mal wieder auf den Weg. Ja, komm da, komm da. Ja, komm da. Okidoki. Den plündere ich auch noch eben. Und wenn ich hier unten schon mal bin, dann kann ich hier auch noch mal gucken. Aber da war jetzt so nur nichts. Ach, jetzt sind wir einmal in den Kreis gelaufen. Ja, so kann es gehen. Oh, da ist noch eine Kiste. Mit einem Messer. Toll. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Da sind sie. Kommt her, Homies. So, das war Nummer 1. Wieso kann ich den jetzt nicht? Da war er. Na? Dann schippe ich die hier im Tod. Verdammt nochmal. Bist du tot? Ja. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. So, wir werden jetzt bloß nicht drüber wegspringen. Hey, der hat sich gerade was aus dem Körper rausgerissen. Das gibt es ja gar nicht. Nein. Oh, was bin ich blöd. Was war das? Das war dieses Scheiß. Oh, dieses Ding, was ich hasse. Dieses, wenn man erhöht steht, dass man dann runterspringt. Ah, das ist so lästig. Gut, dann nehm ich schnell hier hoch. Bevor der wieder... Oh Gott. Junge, 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 der ist ein bisschen stärker, wa? Gibt's ja gar nicht. Da sind auch noch welche. Komme ich da denn hin? Okay, erstmal ein bisschen Heilung. So, da habe ich schon mal was. Was ich brauche. Wovon mache ich hier denn? Okay. So, Angriff. So, ab und zu, dann will das nicht. Okay, was war das? Da ist noch so einer. Energy brauche ich nicht. Hey, da ist wieder so einer. Achso, hier, hier können wir lang. Alles klar. Strom. Schön um ihn rum tanzen. So. Das funktioniert. Das ist das zweite Teil. Wieviel brauchen wir davon? Ich glaube, drei oder vier, ne? Da ist noch einer. Den müssen wir noch. Dann brauchen wir drei. Okay. Und da ist auch noch einer. Gott sei Dank sind meine Füße länger als deren Arme. So. Da ist einer, der wird dann schon wieder auf mich geworfen. War er das? Ach, verdammt nochmal. Das gibt es ja gar nicht. Ein Schuss von seinen Nieren oder was auch immer, der da geschmissen hat. Verdammt nochmal. Oh Gott, er ist mal in Sicherheit. Scheiße, scheiße, scheiße. Spawne ich da unten. Okay, wie machen wir den denn noch fertig? Okay, treffen, da war er mich wohl. Nur, beschmeißen, da war er mich nicht. Okay. Verdammt nochmal. Ich glaube, er hat mich auch nochmal beschmissen. Ein bisschen Energie. Das war wieder diese Scheiße. Mit diesen runterspringen. Das ist so lästig. Und scheiße. Katastrophe. Also wenn ihr das Spiel zockt, dann macht das nicht. Immer aufpassen, dass ihr kein E drückt. Was hat mich da denn jetzt getroffen? Ah, fuck. War links nur einer. Kann das sein, dass ich dann links nur einen gesehen habe? Der da lag. Scheiße. Naja. Verdammt nochmal, halten die viel aus. Ja, nochmal. Gibt's ja gar nicht. Ich könnte aber auch mal Heilung drücken. So, auf geht's. Nee, nicht schmeißen, nicht schmeißen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich ihn aber. Oder ist das sein Dampf, der mich da toben hat? Gibt's ja gar nicht. Dreimal gestorben. Zum Kotzen. So, wie komme ich denn hier jetzt am schnellsten runter? Beziehungsweise, ich wollte eigentlich nochmal da hinten gucken. Wie komme ich da denn hin? Hier hoch? Na, da komme ich gar nicht hin, was? Nee, da komme ich gar nicht hin. Kann ich da nicht auf die Playstation hin? Weiß ich nicht mehr. Ich will da hinten nochmal gucken. Da war ich nämlich recht dicht dran. Okay, hier. Okay, hier. Hier haben wir nochmal Energie. Da ist nämlich nur einer. Wie kriege ich den denn? Da komme ich nicht hin? Da ist eine Wand. Das ist ja blöd. Na ja. Ah. Das war wieder zu hoch. Da ist noch Cash. Gut, dann können wir zurück. Tür zu machen. Ja, machen wir mal zu. Was do we have here? So, Dr. Kessler, bitteschön. Ich kann nur ein Assamble. Ah, da war ja nicht. Ich bin du dein ganzes Gesicht. Gib mir das so. Ich mache scribes. Ich habe keinen Schmerz. Ich werde mich da devilich erzählen. Du bist sicherlich immun. Das ist sicher. Aber das bedeutet nicht, dass du sicher bist. Es gibt eine Stönigstehung. Der Virus ist in deinem Körper. Und wenn es ist, könnte es mutieren. Und depending on how es mutiert, könnte man in grave danger sein. All I need is a small blood sample. I run a simple test und then will know. This is for your own good. Fine. Okay. So, was haben wir denn? Da müssen wir mal hin. Okay. Halten wir. Das ist ein bisschen scheiße zu mir, wa? Bisschen hochnäsig. So. Gucken wir nochmal. Wir können nämlich nochmal. So, jetzt also ist er fertig. Reagents could trigger a mutation. Und wenn der Virus mutiert, es ist ein Grund, dass Sie die Immunität nicht verlieren können. Oh, much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear. You should avoid anything that will put you at risk. Such as... Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes. The Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the fifties, during a monsoon, there was a leak when some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up. But they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated when all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map, as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Thank you, Dr. Kessler. Thank you, Dr. Kessler. Is er doch noch nicht. So, scheiße. Okay. So, Aufstieg. Top. Aber ich würde sagen, machen wir für diese Folge hier wieder Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.